Dann würde ich sagen, weiter geht's. Was wollten wir machen? Soll ich die Herzen? Ja, warte mal. Ich habe nämlich eine Mission. Warte mal. Wir haben ja Story-Ziele. Wir haben externe Ziele. Händler für seltene Fähigkeiten, mysteriöse Übertragung, geplünderte Außenposten. Wir haben tatsächlich in der Nähe unserer alten Base haben wir Übertragungen. Ich finde, da düsen wir mal hin. Und eine feindliche Base ist da auch. Und da mal hin. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob wir da nicht einfach mit einem Auto hinfahren, weil normalerweise ist das haben wir da alles. Ja, würde ich sagen, komm, du hast übrigens da irgendwo was markiert. So. Ja, da ist nämlich eine mysteriöse Übertragung. Harry Dotter 21. Hallöchen. Moin. So, ich finde, wir fahren mit einem Auto. Aber mit einem schnelleren, aber mit größerem Kofferraum. Da ist kein Platz drin. Wie viel Platz haben wir denn hier drin? So viel. Ich glaube, das ist etwa so viel wie in dem hier, ne? Ja. Habst du? Oder was machst du gerade? Ach, Mann. Dass diese Menschen so krank blockieren, ey. Was meinst du mit krank blockieren? Naja, läuft gegen die und... Nee, nee, nee. Wir brauchen nur ein Auto. Ach so? Ja, wir brauchen keine zwei. Da, wo wir jetzt hinfahren, waren wir schon. Wie geht's? Joa, so weit ganz gut. Danke, danke der Nachfrage. Und selbst? Da, wo wir jetzt hinfahren, brauchen wir nur ein Auto, glaube ich, du. Auch gut. Das ist schön. Der Marzo wieder. Ey, entspann dich. Ich schreie nicht rum hier. Das spinnt's wohl. Eier. Hops. Ja. Das ist nicht hopsen. Wenn du willst, kannst du jetzt so ein kleines Auto noch mitnehmen. Nee. Hier ist doch diese blaue kleine Auto. Nee. Dann hast du Pech gehabt. Ja, hab ich. Dann bleib doch wohl ein Pfeffer weg, du Trottel, du. Kann ja wohl nicht wahr sein, hier auch mit deinen kümlichen Nimmern. Diese Undankbarkeit, du. Da geht mir direkt mal eine Tür auf. Oh, meine Mühe ist. Man ist jetzt müde geworden. Auf einmal. Vom Autofahren. Ja, ich glaube auch. Die Autofahrt ist so gemütlich. Ja, du bist zu langweilig, das ist alles. Soll ich singen? Ja. I love you. Oh, Mann, oh. Oh, warum bist du denn so? Nee, ich. Wenn ich das sag. Ach so, ja, ja, ja. Wir haben hier noch so eine Base, ne? Wollen wir da mal reingehen, kurz? Schauen wir uns da. Nee, ich guck da jetzt an. Nee? Dann ruft er mal an. Würde ich auch sagen, du. Kann man hier, gab es hier jetzt eigentlich noch irgendwas? Ich glaube nicht mehr hier. Nee, das war einfach nur ein Außenposten, ne? Die können wir noch aufwerten. Guck mal. Ah, okay. Oh, Junge. Chemie lernen. Chemie lernen. Chemie mit SCH? Ja, ja, genau. Nicht die Chemie? Nee. Chemie. Außenposten Verteidigung. Da können wir noch was hinbauen und dann machen wir einfach hier. Ach, komm. Inus, 2000 Einfluss, Digga, was? Boah. Machen wir mal Platz da. Machen wir mal Platz da. Nee. Machen wir mal Platz da. Komm. Du in deinem komischen... Weil da fahre ich alleine. Warum bist du so? Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ja, das ist zufällig markiert. Er hat sich sogar hinged... Ja, hier. Guck mal hier, hier, hier. Ab, das ist doch mal. Du hast mich angefahren. Lüchner. Du Schwein, du. Oh, mal hallo sagen. Moin. Alter. Mann, die sind alle tot. Oh, nein. Alter, ist das schnell gewesen. Sag mal, Kollege hier. Scheiße, oder was? Mann, doch. Hier ist noch einer. Sag mal. Durchsuchen wir die mal. Ja, ich kann nicht durchsuchen. Alles gut, mach ich. Das ist ziemlich schwer. Oh, das ist ziemlich schwer. Guck mal da. War laut, macht nix. Hast du eine Armbrust? Nee. Nee? Ich habe keine Armbrust. Nee. Hast du keine mehr? Nee. Wie viele gab es hier denn? Wie viele leben da? Genug. Hier ist noch einer. Und Titel. Schriftliche Überreste. Das Ende der Welt war notwendig, um meine wahre Bestimmung zu finden. Alter, haben die das verursacht, oder was? Nee, jemand hat hier eine Notiz hinterlassen. Also. Wir haben gerade von einer bedächtigen Person in diesem Gebiet gehört. Okay. Können wir das hier drin? Nee, können wir nicht. Schade. Ah. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Hier oben ist nämlich eine peinliche Entklare. Oder warte mal. Warum hast du... Die Richtermolition ist vorbei, oder was? Bitte? Machen wir das Auto von unten sauber. Nee, wir machen mal das Auto hier leer. Harry, Dota. Ja, worum geht es Zombies und ihr versucht die Welt zu retten oder einfach nur zu überleben? Wir versuchen einfach nur zu überleben, tatsächlich. Lassen wir mal das Auto leer machen. Da sind noch ein paar Sachen drin. Was denn? Ich muss ja mit einem Handschuh beworfen. Mit einem Handschuh beworfen? Mit einem Handschuh. Warum? Mit einem Gescheh-Handtuch. Warum? Weißt du es nicht? Dann mei das halt selber hier, ey. Mach ihn ne Fresse nochmal. So, nix zu gebrauen, der junge Mann. Ich hab ihn auch mit Taschenfüchern abgerufen, also... Achso. So. Ja, perfekt. Einmal leer gemacht. Was hast du denn noch markiert? Ja, der kleine Frau, ich bin hierher, Will. Ja, bist du. Oh, Alter, überfahre mich doch nicht. Kommst du oder was? Äh, sag mal. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Hä? Wir haben keine Punkte gekriegt dafür. Ich bin nicht wirklich weh. Jetzt. Willst du die solchen Proben einsammeln? Ja. Sagen wir die solchen Proben ein, hier. Kommst du oder was? Ich soll ihm danke sagen, weil du mich behindert gesagt hast. Ja, bitte. Dankeschön, bitteschön, dankeschön, bitteschön. Wo fährst du jetzt hin? Achso, zur feindlichen Enklave. Ja, genau. Wir sind da, wo das alte Seuchenherz war. Würde ich sagen. Und die machen sich schon bereit hier. Machen sich bereit? Okay, warte, wir machen uns aufbereit. Ich zerfeleise sie. Pass auf. Ich spring jetzt hier rein. Hätte mein Arsch noch zu mir gesagt. Ich komme rein, warte fünf Minuten. Ja. Töte einen von einen Feinde. Wer kennt das nicht? Töte einen von einen Feinde. Das war ein Gartenzwerg. Hier ist ein Gartenzwerg. Achso. Den habe ich gerade abgeknallt, ey. Echt mit dem Dreirad fahren? Fück mit dem Dreirad fahren. Wie ein auf Jigsaw machen. I wanna play a game. Er sagt ja, you wanna play a game, ne? Ja, alles sicher. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das war es hier, ne? Was haben wir? Mysteriöse Übertragung. Hier ist noch eine. Oder was? Oder was? Meine ist müde. Ich muss irgendwie, äh... Ach, da ist noch eine. Komm, hier ist noch eine mysteriöse Übertragung. Lass uns doch nochmal hin. Und dann fahren wir, denke ich mal, zurück. Aber auch nur dann, ne? Ja, vielleicht. Na, komm. Ich hab halt auf die Map geguckt. Hallo. Mach mal nicht. Mach mal nicht diesen. So ein Roleplay-Game. Ich spiel halt mich. Fahr mal gegen den Truck. Nein. Vermutlich könnte unser Auto-Dude dann kaputt gehen. Wir brauchen nur Daten, ne? Unser Auto-Dude. Unser Auto-Dude? Auto-Dude. Dann werden wir auch kaputt, wenn wir einen Auto-Dude. Dann werden wir einen Auto-Dude haben. Oh, Entschuldigung. Ja, jetzt sind ja auch ja. Das ist okay. Das ist auch gerade ja auch mal. Ein Zombie-Ungefahr. Und ich entgegen. Ja. Bei dem nicht. Bei dem war es mit Absicht. So, was ist hier los? Potenzieller Unterschlupf. Hallo? Hallo? Hier ist jemand. Hank? Was? Hank. Du hast allein eine Enklave. Oh, den können wir mitnehmen. Wir haben einen neuen aufgenommen. Läuft der hin? Der läuft jetzt zur Enklave. Äh, zu uns. Komm. So weit? Anscheinend. Romisch ist, dass Zombies anscheinend nicht auf ihn reagieren. Ach, doch. Also, er könnte natürlich auch mitkommen, ne? So ist das ja nicht. Nee. Wo läuft der hin? Der läuft ja irgendwie... Was ist das überhaupt? Kartenausgang. Bringt er nicht... Nein, und es ampelt sich bei uns. Nee, das ist tatsächlich anscheinend einfach eine andere Karte dann, wo er hingeht. Nee, ist wahrscheinlich... Händler für seltene Fähigkeiten. Wo haben wir den denn? Der ist da unten. Okay, mysteriöser Wanderer vorhanden. Okay, der ist da. Die Map ist viel, viel größer als das. Ja, natürlich. Wusstest du das nicht? Nee. Okay. Nö. Ich ruf die jetzt an. Pizza, Peperoni. Oh, Bus. Da hast du... Gibt es irgendwo eine Jambrücke? Eine Jambrücke? Weiß nicht, müssen wir mal gucken, ob es hier noch eine Jambrücke gibt. Ja, sowas kann auch nur von komischen Kindern kommen, ne? Oh ja, warte mal, hier ist noch gar nicht geplündert. Nee, ich ruf die jetzt an, du. Das... Hier ist noch gar nicht geplündert, sag mal. Oh, guck mal, wer da angetanzt kommt. Angewackelt, meinst du? Hello, what the fuck is it? Ich fang auf Klo an. Ich fang mal auf Klo an. Hey. Mach doch mal. Okay? Da ist einer. Ein very unhöflicher Junge, du. Ich hab neue Kleidung, oh my God. Oh, nein. Nein. Was denn? Ach doch nicht, Alter. Was hast du gemacht? Ja, er hat sich grad festgebackt und ist da die ganze Zeit rumgehüpft. Ja, sehr gut. Ich bin voll. Oh, das Auto ist voll. Äh, was? Äh, was? Was machst du denn schon wieder? Du lachst das schon wieder so komisch ins Fäustchen, ne? Was veranstaltest du wieder? Mach scheiße, das ist alles. Ah, hör mal. I'm so damn tired. I'm so damn tired. Hey there. We could really use some help from you folks. Meine Frau trifft aus 2 Meter Entfernung auch immer noch kein LKW. Das, äh, ist normal. Wollen wir die Tür aufmachen? Ich hab kein, vielleicht, vielleicht kein Platz. Ja, hier vorne ist ja gleich die Dings hier. Der Außenposten. Schade, dass du im Außenposten aber keine Dings hier weglegen kannst, ey. Keine, äh. Aber wie heißt denn das? Ich hab Chemikalien gefunden. Chemischimikalien? Ja, ich hab Chemischimikalien gefunden. Find ich gut. Find ich gut. Ich hab jetzt ne Beule. Ich hab Medizin gefunden. Cool. Was hab ich denn? Ich auch, übrigens. Hier hab ich die ganze Zeit am Rücken. Ablegen. Ja, nur leider ist der Dings hier voll. Der Truck ist schon wieder voll. Aber ich fahr gerade mit dem Truck einmal zum Außenposten. Ich kann nicht so viel tragen. Und dann... Beule. Ja, ist ja nix Neues. Als... Als hätte ich schon... Als hätte ich schon... Mein Leben lang ne Beule. Oh, hier ist ein Dings hier, ein Wilder. Hol ihn dir. Irgendeiner ist da gerade explodiert. Also da hier. Zwei sind explodiert aus Gründen. Na denn. Yo, Heads up. Screamer. Ist doch gut. Ja, anscheinend. Hier. Goofy. Ja, Goofy. Hast du nicht das Goofy, ne? Hm, ja. Aber es ist mindestens genauso komisch in der Birne. Boah, ich bekomme Blauflecke. Okay, ja. Ja. Es ist gut, dass... Es ist gut, dass der Außenposten hier ist, weil ich hab hier extrem viel. Aber meine muss schlafen. Ich hab nur noch ein ganz bisschen Energie. Du kannst hier tauschen. Im Außenposten. Ei. Ei. Schimischimikalien. Schimischimikalien. Obst, ich war laut. Obst, schon wieder. Ach, schon wieder. Hammer. Was denn? Blöde, right there. Meine Scheiße. Bitte? Ich hab mich weggeschmissen. Das ist richtig schwer. Kann ich hier nicht meinen Charakter ändern? Doch, normalerweise. Ja, ne? Kann ich doch eigentlich direkt her. Normalerweise geht das. Ey, wer ist er denn? Oh, nein. Ach, das bist du. Äh, wo bist du? Guck mal, ich komm mal. Das kann ich jetzt mitnehmen. Ich dachte, du warst im Dings hier. In einer Dings hier. In einer Dings hier. In einer Dings hier. Im Außenposten. Aber bist du hier die ganze Zeit im Gebäude? Ja, ich bin hier plötzlich hingespawned, weil ich... Ähm... Warst du wieder zu weit weg, oder was? Nein, ich hab den Charakter gewechselt. Achso. Sorry, ja. So weit weg diesmal. Ja, wenn man doch den Charakter wechselt. Also ich, dann spawne ich ja ganz woanders hin. Spawne ich zu dir. Achso, ja. Das macht Sinn. So, hast du alles? Dann lass uns weiter. Dann lass uns zurück. Ne, ich muss hier noch einmal kurz einsammeln. Das Zeug mitnehmen. Das Zeug? Nimm nicht so wie Zeug mit. Doch. Warum kokeln hier immer wieder irgendwelche... Ein paar Mal. Nicht gut. Nicht gut. Scheiße. Gar nicht gute Idee. Mach witz. Kannst du langsam fahren. Zu schnell geht nicht. Was hat dir hier auf der Straße schon wieder passiert? Sag mal. Weiß nicht, was ja... Was ist denn die geile Auge? Oh, shit. Ich finde das Spiel voll interessant. Ich weiß nicht, warum. Es ist auch voll interessant. Es ist auch eigentlich total entspannt. Aber spannend. Oder? Das Spiel ist wirklich entspannt, ja. Hallo? Bruder, für's Gabab. Was für'n Gabab? Ein Gabab. Wollte Sackbrücken gekackt haben. Du bist extra weg, um deine Tür auszumachen. Du hast ihn. Oh, hier ist ein Wild... Hey! Speed up some! Das... Digger, der Sprit ist leer. Da ist die Tür abgerissen. Ja, steig mal aus. Die steigt jetzt einfach nur raus. Hallo, die steigt doch nicht ein. Digger, warum ist der Sprit einfach leer? Ich kann der Nacken... Ich kann der Nacken... Ich hab nur noch ein Messer. Ich hab echt nur noch das Messer. Scheiße. Ich hol dich mit Messer. Ich hol dich mit Messer. Nevermind. Wir brauchen Sprit. Sprit? Ich hab keinen Sprit. Ich hab auch keinen. Warte mal, hier ist doch dieses kleine Auto noch, ne? Kannst du da Sprit holen? 010, schon... Boah, fühlt sich nicht so an. Stimmt allerdings. Meiner ist müde. Ich brauch ne Pause. Wovon? Ich brauch ne Pause. Vom Auto fahren. Alter, warum haust du mich? Meinen sich nicht. Wie weit müssen wir denn jetzt rennen? Ach, da hin. Halt. Stopp. Das hat das Benzin. Das hat auch nur ganz... Hier ist auch nichts drin. Aber es hat nur ein bisschen Sprit. Und wahrscheinlich bis nach vorne. Ah, nee, warte mal. Außenposten. Ja. Ja, dann könnten wir eigentlich schon nach Hause... Opa da. Oh, ich dachte, ich will auch raus. Ja, dann könnten wir eigentlich mal gucken, dass wir vielleicht doch noch schaffen, zu uns zu fahren. Ich werde die ganze Zeit attackiert hier, Alter. Schluss damit. Sie sagt einfach, Schluss damit. Ja. Reicht auch langsam. Sie sagt einfach, Schluss damit. Ja, reicht auch langsam, ne? Dann lass uns da gleich nochmal hinfahren. Und dann unser... Das andere Auto holen wieder. Ja, ich hole jetzt Sprit, 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 Sprit. Ich habe Sprit gesagt. Wo ist denn Sprit hier? Sag mal. Ich kann das Auto demarkieren. Guck mal, wer ist er denn? Er. Kannst du das Auto demarkieren? Kannst du das Auto gleich demarkieren. Genau. Oh nein, schon wieder der Soundbuck. Oh Mann. Oh nein. So laut, ey. Opa da. Das ist super laut. Schau mal eben das andere Auto. Guck mal. Schau, wie weit ich noch komme. Das war's. Ich lauf mal den Rest. Ich habe das Auto die ganze Zeit zusammengekriegt. Ah, jetzt nicht mehr. Was? Du hast den Dicken gerade ausgelöscht. Ja. Ich brauche einen Break. Ich brauche einen Break. Ich brauche einen Break. Ich brauche einen Break. Aber ich weiß nicht, wie. Das ist so. Aber ich weiß nicht, wie. Jetzt habt ihr den richtigen Sport. Nee, nicht so richtig. Es gab auch... Oh, warte mal. Hier sind Feinde. Was sind hier für Feinde? Oh, hier sind echt Feinde. Hey, jemand hat Feuer weggesetzt. War nicht ich. Alter! Nee, ich mach da jetzt an. Dommel Furt, Digga. Ich werde gerade ein Feuer weggesetzt, du. Nee, 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 nee. Last Shot. I'm out. Au. Ich habe keine Munition mehr. Ich werde gleich angekettet. Warum? Ich bin ein Fenster zu weit. Tschüss, G1. Hummel, Hummel. Mors, Mors. Ja, dann kommt ein Sponsor gleich bei uns. Ist ja nicht so schlimm. Er fährt gerade zu mir. Wo bist du? Du fährst gerade zu mir. Ja, dann hol ihn doch. Ich hole ihn das Auto. Ich muss ihn noch einmal tanken. Ich habe ihn gehackt. Was ist das Ziel des Spiels? Ja, überleben. Auf jeden Fall überleben, würde ich sagen. Wir haben ja so eine kleine Gemeinschaft, ne? Die regelmäßig zusammenkommt. Komm, steig ein. Hier ist noch ein Dings hier. Hier ist noch eine Seuchenprobe. Nehmen wir ja auch mal Matt hier. Nein, gar kein Problem. War erst mal gegen mich. Ja, mache ich auch. Oh, guck mal. Hier stehen sie wieder auf der Straße. Straßenpapierer direkt. Bann.